Ah, der Petermann! Was lachst du? Ballermann ist die geilste Insel! Ja, die Leute fallen um, weil sie so scheiße finden. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese Saison. Weil die Saison war grandios. Ich habe 4000 Leute hier rein gestopft. Hier ist der Fried, für die tue ich alles, alles Spaß ist und lieb. Doch ich hab nur ein Schloss, das in den Wolken liebt. Ballermann ist die geilste Insel! Was lachst du?